Herzlich willkommen in dem grünen Marzahn. Ich bin Gunnar Lindemann, ich bin Ihr Abgeordneter für Marzahn Nord. Ich setze mich für Ihre Belange, für Ihre Probleme, für Ihre Bedürfnisse ein und das seit 2016 hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Wenn Sie Ideen oder Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren, können Sie mir per E-Mail schreiben, mich anrufen oder eine Message zukommen lassen oder mich auch einfach hier auf der Straße ansprechen. Als einziger Abgeordneter wohne ich hier in meinem wunderschönen grünen Bezirk und treffe Sie natürlich auch gerne täglich hier, während ich durch Marzahn spaziere. Darum, sprechen Sie mich an, reden Sie mit mir über Ihre Probleme und Nöte. Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen kann.